Hallo und herzlich willkommen zur Folge 30 von Spacehaven Alpha 16. So, das letzte Mal waren wir in einem System, wo wir ein lustiges Schiff gefunden haben, das wir angefangen haben auszuräubern. Da ist noch ein bisschen Infraschrott und ein bisschen Hühlenschrott übrig, aber ich habe das Einsammeln abgebrochen. Wir hatten auch Handelspartner hier, mit denen wir die Handel abgeschlossen haben. Das habe ich alles off-camera gemacht, nur jetzt kommt gerade die Sklavenhändler-Gilde hier in das System reingesprungen. Und wir bereiten uns darauf vor, aus dem System rauszuspringen, weil ich keinen Bock habe auf eine Konfrontation. Also, ähm, oh und hier haben wir überlastet, unser Stromknoten ist überlastet. Ist nicht so gut, ne? Aber, ja, ähm, Antriebe sind alle aufgeladen. Wir sind fast soweit und, ähm, dann werden wir jetzt springen. Wir sind im letzten kleinen Subsektor und, ähm, ja, das müssen wir jetzt nicht haben. Wir haben so viel, wie es geht, aus diesem Schiff rausgezogen. Gucken wir mal, was es noch so gibt. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt, ähm, Energium und Chemierohstoff. Gucken wir mal, ob es das irgendwo gibt. Okay, die springen einfach nur dadurch. Okay, wir haben jetzt nicht mehr wirklich viele, die wir erforschen können. Ähm, da sind Piraten. Hier ist Wasser und... Okay, dann springen wir mal wieder zurück. Die sind da. Hier unten könnten wir rein. Hier haben wir dann keine Schilde, aber da ist auch nur Mineralien und Wracks. Na, gucken wir mal weiter. Wir haben ja noch ein paar... Okay, jetzt sind die Piraten hier hingesprungen und da ist Energium. Ähm. Hm. Wrack könnte eine gute Sache sein. Wir gucken mal, wie lange die... Oh ja, okay. Und die Piraten fliegen in das andere System und fliegen weiter. Das heißt, hier springen wir jetzt rein und holen uns Energium und die Mineralien ganz schnell mal. Ach, wirklich viel ist es nicht, aber 5 Energium ist besser als nix. Und dann haben wir Zeit, während wir das machen, hier das ein oder andere nochmal aufzubauen. Weil wir sind mittlerweile 2, 4, 6, 8, 10 Leute Crew und wir haben 2, 4, 6, 8 Kryostase-Kammern. Hier hinten ist Platz für zwei weitere und die muss ich jetzt mal langsam bauen. Beziehungsweise hier könnten wir jetzt mal anfangen, auch in Richtung Kabinen zu denken und mal so ein bisschen hier Sachen durch die Gegend zu schieben und so. Genauso wie hier müssen wir auch mal wieder Platz machen für noch einen Antrieb, schätze ich. Das heißt, wir machen mal hier einen weiter, dann hier oben können wir ruhig mal so machen. Da kommen dann wahrscheinlich Kabinchen hin, mir so gedenkt. Und wir könnten auch mal hier nochmal so ein bisschen Platz machen für noch mehr Platz für Hochbeete. Ja, hier könnten wir auch mal erweitern, aber gucken wir mal gerade. Ne, das ist einfach nur der Rumpfstabilisator. Genau, hier ist ein Stromknoten und hier ist ein Stromknoten. Das würde, jetzt haben wir hier ausgebaut. Ah, genau. Was wir auch machen können, ist unsere Logistik mal etwas besser machen. Dieses Lager hier möchte ich nicht mehr haben und dafür möchte ich hier Logistikroboter haben. Die brauchen Energiezellen. Wir haben im Moment noch nicht so wirklich viel Energium, aber ich möchte damit anfangen, weil ansonsten wird unsere Logistik immer wieder überfordert sein. Und wir haben zwar einen Flüchtling, der uns auch dabei hilft und so, aber ich glaube, es ist langsam an der Zeit, uns darum zu kümmern. Und wir haben Androiden-Leichen, die wir auch auseinandernehmen können. Und da können wir hier eine Androiden-Werkbank hinbauen. Fangen wir damit an. Also Roboter-Werkbank, die können wir entweder hier hinstellen oder auch... Ah, ne, da geht sie nicht hin. Da würde sie eventuell hingehen. Ja, dann knallen wir sie doch mal dahin. Roboter-Werkbank und dieses hier. Alles ausheben und leerräumen, bitte. Dann wird das hoffentlich in diese Lager, die wir hier schon vorbereitet haben, reingeräumt. Und dann können wir hier Logistik-Roboter-Stationen hinmachen an diesen leeren Platz. Aber da müssen die Leute jetzt wirklich viel für räumen als nächstes. Und hier unten kommt dann wahrscheinlich noch ein Antrieb hin und dann können wir die hier wegmachen. Ja, aber dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen Vorspulen. Ich hätte dieses ganze Bauen auch schon machen können, während wir hier Sachen machen, ne, eigentlich. Ja, und das nächste sind dann Kabinen, die ich da oben einrichte, beziehungsweise auch Platz für noch mehr. Ich sollte da oben noch mehr Rumpferweiterung machen. Fällt mir gerade auf. Ich mache mal so. So. Weil wir haben jetzt auch sieben Hüllenblöcke. Das funktioniert ganz gut. Die müssen erstmal ihren Sachen nachkommen. Hier wird ordentlich abgebaut. Wahrscheinlich werden die Hüllenblöcke, wird die Erweiterung der Hüllenblöcke dauert jetzt einfach noch. Weiß nicht. Oder die Leute schlafen zu lange. Na gut, aber erstmal ist hier Logistik einiges zu tun. So, und die Roboterwerkbank ist, achso, im Bau. Okay. Gut, wenn die aufgebaut ist, dann können wir die Androidenleichen auseinanderbauen und kriegen davon auch Rohstoffe. Und jetzt werden hier Sachen von einem Lager ins andere Lager umgeräumt. Das sieht abgefahren aus. So, hier einmal Wiederaufbereitung, Wiederaufbereitung und Überreste zerstörte Androiden auseinanderbauen. Und die haben wir hier liegen und da kommen dann einfach mal Rohstoffe bei raus. Jawohl. Eintreffendes Schiff, da kommen die Sklavenhändler. Na super. Ähm, okay. Sind wir fertig mit abbauen? Ich glaube schon, wir sind fast fertig mit abbauen. Die Rumpferweiterungen werden noch durchgeführt. Das lasse ich jetzt mal ein bisschen weiterlaufen, bis wir da fertig sind. Aber das sollte jetzt gleich passiert sein. Beziehungsweise jetzt ist die Hälfte schon da. Ich starte unsere Antriebe. So, dann haben wir hier vorne halt gerade nicht fertig gebaut. Aber ich möchte nicht in eine Auseinandersetzung mit Leuten, die auf uns schießen, kommen. Weil wir haben nur zwei kleine popelige Schilde. Aber wir haben, äh, Energium aus dem System rausgeholt. Äh, hier wäre noch Wasser und, äh, äh, und andere Erze. Das ist vielleicht noch eine interessante Sache, die wir machen können. Ähm, glaube ich aber nicht. In dem System waren wir. Wir springen jetzt zu der Handelsstation und nehmen da das Schiff, was noch da ist, auseinander. Und dann werden wir Energiestäbe... Uh, Mist. Sprung wird gestört durch Piraten. Ausweichchance 44%. Ausweichen war erfolgreich. Yeah! Ah! Okay. Hier gehen wir rein. Hier ist, ähm, was ist das? Ist das Handelsföderation? Ne, das ist, glaube ich... Das ist, glaube ich, Militärallianz. Dann parken wir doch mal so. Und hier haben wir eine schöne Basis, die wir auseinandernehmen können. Und, äh, unser Away-Team muss dann erstmal knacken. Wir müssen hier erstmal noch einiges auseinandernehmen. Ähm, ähm, was haben wir an Dienstleistungen? Reparatur und wenn wir mit denen handeln, was ist es denn? Das ist Militärallianz. Okay. Äh, uh, wir haben, äh, Quadrotonik-Bauteile aus den Androiden raus. Die können wir... Die können wir verkaufen für Geld. Wir können auch ein bisschen von dem Gewebe verkaufen für Geld. Wir können, äh, wir können Biomasse verkaufen für Geld. Wir können uns von denen Energium kaufen. Sehr schön. Wir könnten uns auch Energiestäbe kaufen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Energiestäbe kaufen. Für das, was wir an Geld eingesammelt haben, können wir uns noch sieben Energiestäbe noch dazu kaufen. Dann haben wir ein bisschen Energie von denen jetzt, äh, abgezwackt. Oh, und sie haben Chemie-Rohstoffe. Das heißt, ich kaufe mal nur vier und für den Rest kaufen wir sehr viele, äh, okay. Wir kaufen vier Chemie-Rohstoffe und dann machen wir weiter und kaufen noch mehr Chemie-Rohstoffe. Ähm, ja, und dafür geben wir Geld aus. Da bin ich stark für. Siebenhundert. Ähm, wir geben ihnen noch zwei Biomasse dazu und vielleicht Hüllenschrott. Ja, vier Hüllenschrott. Ähm, das ist super. Und dann lasse ich mal mein Away-Team schlafen noch ein bisschen, während wir den Handel ausführen. Und wenn das Away-Team wach ist, dann fangen wir an, hier diese Geschichte zu stürmen. Äh, und auseinanderzubauen. Haben die Waffen? Die haben kein... Doch, die haben eingeschützt. Das heißt, wenn hier Leute reinspringen, dann... Ach, können die uns nicht wirklich viel helfen. Wir müssen hier noch ganz viel ausräumen. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen Energium und Energiestäbe sammeln wir jetzt ein. Ich würde dann jetzt mal nämlich automatisieren machen. Äh, Energiezellen. Falls wir weniger als drei, vier Energiezellen haben, stelle Energiezellen her. Die werden wir nämlich brauchen für Logistikroboter. Und, wenn wir ein Schild haben. Und beides möchte ich jetzt demnächst haben. Ähm, ja, gut. Hier oben ist alles erweitert. Das ist schön. Dann können wir da oben auch nochmal, äh, Dinge hin machen. Nämlich ein Höhlenfenster zum Beispiel. Äh, da machen wir mal nur mal drei Höhlenfenster hin. Damit wir da auch noch Platz haben für... Lebenserhaltung. Zack. Und dann können wir hier eigentlich noch ein Hochbeet hin zaubern. Äh, Nahrung. Hochbeet. Jo. Direkt da. Und dann sind wir fast schon wieder durch, durch unsere Infrastrukturblöcke. So. Dann machen wir mal fix und sehen zu, dass unser Away-Team aufwacht. Und dann gehen wir mit dem Away-Team rüber und gucken mal, was uns die Station für Überraschungen bereithält. Hoffentlich auch wieder Rohstoffe. Energium. Hm. Sieht ganz okay aus, aber... So. Da ist das Away-Team wach und fertig. Also Direktbefehl und einmal ins Shuttle einsteigen. Düdlülülü. Da sind alle im Shuttle. Und es gibt noch einen Anlegepunkt, nämlich die Schleuse. Okay. Dann machen wir das mal. Dann gucken wir mal. So. Hier haben wir direkt einen Gegenstand. Das ist Watt. Frachtliste. Okay. Ein Datenlog. Sieht nicht sehr reich an Ressourcen aus. Hier hinten haben wir auch noch einen Gegenstand. Oh. Und wir haben eine Besatzung. Und wir haben eine Infizierung. Und wir haben einen Typ, der an der Wand klebt. Okay. So. Da waren Credits. Sehr schön. Diese Infizierung ist weg. Wir müssen uns merken, dass da noch einer ist. Hier sind Wurzelgemüse und Nüsse. Und hast du nicht gesehen? Das ist eine doppelte Infektion. Hier hinten sind Schlepper und so. Okay. Das ist, äh... Das lohnt sich. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Das wird sich lohnen. Ich bin... Ich habe keine Ahnung, was uns der Typ da drüben erzählt. Aber den holen wir gleich von der Wand, wenn wir hier alles gesäubert haben. Und da schleicht sich einfach mal ein Schlepper von der Seite ran. Und auf den werden wir jetzt schießen. Alle Mann. Und er hat Ray McCuni getroffen. Aber wir haben ihn sofort erledigt. Sehr schön. So, jetzt gehen wir rein. Da ist noch ein Schlepper. Einmal hier drauf schießen. Dann hier drauf. Dann hier einmal die Tür aufmachen. Und voll reinhalten. Jawohl. Und da ist der Spawner auch weg. Jetzt müssen wir nur noch auf den Schlepper schießen. Alle zusammen. Ah, wir haben kein freies Schussfeld. Doch. Ein bisschen schon. Ich will nicht näher reingehen. Können wir aber wahrscheinlich. Ja, er hängt da einfach in der Ecke. Der Typ. Und alle... Kein freies Schussfeld. Jetzt bitte. Gott sei Dank. Okay. Jetzt haben wir die Infektion. Jawohl. Wir haben es geschafft. Und dann... Bedienen. Diese Person ist rot. Heißt das, da haben wir einen potenziellen Feind. Jetzt holen wir uns erst mal noch kurz... Sauerstoff fällt mir gerade mal auf. Bevor wir uns damit auseinandersetzen. Die Person, die an der Wand hängt, ist rot. Da gehen wir alle zusammen hin, bevor wir da irgendetwas machen. So, einmal alle Sauerstoff gefasst. Sehr gut. Und dann fliegen wir mal dahin. Und dann bin ich mal gespannt, was hierbei rauskommt. Auf jeden Fall liegen hier doch mehr Ressourcen, als ich dachte. Energiestäbe und Wasser. Da hinten liegt noch Hyperion, Menschenfleisch, Techblöcke, Energiezellen. Okay. Das ist ganz gut. So. Dann. Einer geht mal hier hin und bedient. Oh, alle gehen hin und bedienen. Ähm. Okay. Okay. Mensch fängt an, auf uns einzuschlagen. Dann alle einmal... Okay. Interessant. Einmal mit Sprechen, bitte. Du sprichst jetzt mit Sklavenhändler-Gilde. Diese Runde geht an euch, aber wir werden uns wiedersehen. Ah. Deswegen. Sie ist uns feindlich. Sie ist von der Sklavenhändler-Gilde und dementsprechend uns feindlich gesonnen. Nicht von den Aliens besetzt. Besatzung gefangen nehmen. Schade, dass wir uns nicht einigen können. Das alles dauert so lange. Tschüss. Alles klar. Dann, ähm... Gut. Haben wir eine Gefangene gemacht. Und wir machen mal hier Direktbefehle aus. Und nehmen alles, was hier rumliegt. Sammeln das ein. Und... Beuten alle Ressourcen aus. Und... Gefangene. Ja, sehr schön. Wir haben ja einen Gefangenenbereich. Da haben wir einen Flüchtling. Und da kommt dann unsere Gefangene auch rein. Das ist spannend. Wir haben endlich auch eine Gefangene. So. Die wird hoffentlich jetzt automatisch rüber transferiert. Aber das müsste eigentlich automatisch klappen, während die Leute hier Sachen auseinander nehmen. Hier hinten muss noch ein bisschen erweitert werden. Und da würde ich dann anfangen wollen mit Kabinen, während hier Zeug gebaut wird. Dann lassen wir mal die Sache ein bisschen schneller laufen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir da irgendwo eine Gefangene? Ähm... Da. Unsere Gefangene wartet immer noch in der Druckschleuse. Interessant. Ich glaube, wir müssen das von Hand machen. Okay. Direktbefehl. Einmal hier andocken. So. Und Ray McCune. Direktbefehl. Einmal. Hier. Folge mir. Der Gefangene. Wenn wir das haben, steigst du mal ein. Okay. Das hat geklappt. Und dann einmal einsteigen. Und Gefangene folgt. Sehr gut. Und dann legen wir da an. Achso. Dann können wir auch da anlegen. Dann ist die Gefangene Gott sei Dank da. Unser Lager ist fast leer. Wir könnten anfangen mit den Logistikrobotern. Ich meine, ich will da welche in die Ecke bauen. Aber ich würde auch gerne... Ähm... Hier vorne könnten wir auch welche hin machen. Okay. Da ist unsere Gefangene. Die Gefangene wird hoffentlich demnächst begreifen, dass sie in den Zellenblock geht. Das sollte automatisch klappen. Schön, schön. Und dann gucken wir uns doch mal an. Äh... Unsere Gefangene. Was kann die denn? Fühlt sich krank. Okay. Sklaven in der Gille. Fertigkeiten. Kontaktbedürftig. Und Geologin. Okay. Wahrnehmung 5. Das ist super zum Schießen. Rohstoffabbau sehr hoch. Botanik hoch. Medizin hoch. Forschung hoch. Fertigung und Bauen nicht so. Aber Rohstoffabbau und Botanik und Medizin. Forschung spielt irgendwann keine Rolle mehr. Aber, ähm... Das ist alles super. Das heißt, die machen wir mal auf Abwerben. Falls sie nicht irgendwie einen Anfall bekommt, weil sie sich krank fühlt. Äh... Ja. Okay. Hier bauen wir Dinge ab. Mit denen haben wir Wild, äh... Handel getrieben. Für viel, ähm... Chemierohstoffe. Haben wir gut... Äh... Den gut was abgekauft. Das ist sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch... Kohlenstoff geht sogar auch wieder. Edelmetall wäre auch mal schön noch. Ähm... Ja. Ansonsten... Energie und sowas. Das sieht alles ganz okay aus. Und hier hinten werden, äh... Wird unsere Rumpferweiterung weitergebaut. Sehr schön. Dann würde ich jetzt mal anfangen, hier vorne, ähm... In Kabinen zu denken. Ähm... Ich mach mal ein bisschen schneller, dass der letzte... Dass das letzte bisschen auch weg ist. Eine Kabine, ähm... Mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe in Alpha 15. Das würde ich jetzt für Alpha 16 auch wieder machen. Ist... Drei Felder. Und... Äh... Es macht total Sinn... Äh... Nicht drei Felder. Sechs Felder. Man kann Kabinen auch kleiner bauen. Aber dann ist der, äh... Relax-Faktor besonders groß. Und wir brauchen ja nicht so viele Kabinen. Besonders wenn wir dann irgendwann ein Dreischichtsystem fahren. Also, ähm... Eintreffendes Schiff. Nächster Zug. Androiden-Kollektiv. Okay. Dann können wir hier jetzt schon mal so ein bisschen planen. Diese eine Kabine kann ich jetzt noch nicht fertig machen. Eins, zwei, drei. Wand. So. Ähm... Tür. Ähm... Jawohl. Wand, Wand. Wand, Wand, Wand. Wand, Wand, Tür. So. Und dann können wir hier schon mal... Äh... Hüllenfenster... Hinknallen. Nämlich so, so... Und so. Ach, sehr schön. Da ist das auch fertig. Und dann können wir da hinten Lebenserhaltung, einen Gaswäscher in die Ecke setzen. Und einen Wandthermostat hier hinsetzen. Und dann können wir anfangen, diese Dinger hier einzurichten. Nämlich mit, äh... Bettys, äh... Bewegen. So. Dann dieses hier. Bewegen so. Und... Ach, da ist eine Tür. Dahin. Und dieses hier. Bewegen. So. Dann möchte ich Einrichtung Nachttisch. Dahin. Und dahin. Und dahin. Ans Kopfende des Bettes. Ja. Und dann kann man auch aus dem Fenster gucken. Und dann kommt da noch ein bisschen Deko rein für die Leute. Und dann haben wir es. Ja. Da könnte sogar hier vor das Fenster jeweils noch so ein... Äh... Eine Zierpflanze. Bam. 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 So. Haben wir drei Kabinen da. Hier vorne bauen wir dann Sachen ab. Dann kommt hier eine vierte Kabine hin. Und... Äh... Dann können wir nämlich... Ja, dann muss das erstmal weitergebaut werden. Und wir haben hier logistische Überforderung. Und... Äh... Was nicht alles. Ja, weil hier so viel Zeug ankommt. Das heißt, ich habe auch gesagt, ich würde gerne noch einen Roboter bauen. Ne? 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 Dann könnten wir so eine Roboterstation hinsetzen. Und da haben wir jetzt auch die Energiezellen für. Müssten wir eigentlich. Oder demnächst. Und dann haben wir hier wenigstens den ersten Logistikroboter. Hier hinten kommen noch ein paar mehr Stationen hin. Jetzt können wir mal ein bisschen schneller machen. Und hier hinten könnte eigentlich noch ein Antrieb hin. Ja. Das mache ich jetzt nicht auf einmal. Jetzt muss erst mal da oben fertig gebaut werden. So. Und da haben wir unsere, ähm, nicht unsere, ähm, Androiden-Kollektiv. Die können unseren Rumpf reparieren. Die haben im Moment noch keine Missionen. Genau. Hier wollte ich mal bei Missionen gucken. Äh. Oh. Lockbergen. Ach. Da habe ich nicht drauf geguckt. Wir hätten ein nicht mehr verfügbar. Wir haben das Log hier rausgeborgen. Oh. Das hätten wir schaffen können. Fällt mir jetzt gerade so auf. Ich muss öfter auf Missionen gucken. Ich hoffe, ihr werdet mich, wenn wir es wieder streamen, was, ähm, am 12. Abends passieren wird. 12.1. Da gibt es wieder im Space Haven Stream abends um 19 Uhr, ähm, dass mich Menschen, die zugucken, ähm, mal da dran erinnern. Aber jetzt erst mal, äh, werden wir hier mit den Androiden-Kollektiv Handel treiben. Wir haben 5 Biomasse, die könnt ihr alle haben. Ihr habt Energium. Das würde ich euch wahrscheinlich abkaufen wollen. Und, ähm, vielleicht auch Energiezellen. Ja, ich habe 3000, oh, und ich habe auch Gewebe. Das heißt, ich gebe euch mal noch ein paar Blöcke irgendwie mit dabei. Und ich nehme euch alles Energium, das ihr habt, ab und lege noch ein bisschen Credits oben drauf. Ähm, ja. Ja, das ist gut. Mehr Handel will ich jetzt mit denen nicht treiben. Okay, jetzt sind wir auch durch, was Infra-Blöcke angeht. Aber wir können unsere Infrastruktur-Blöcke selber herstellen. Und zwar aus Elektronik-Teilen und aus Stahlplatten. Stahlplatten werden automatisch hergestellt und Elektronik-Teile leider nicht automatisch hergestellt. Das können wir aber machen, falls wir weniger als 5 haben. Stelle Elektronik-Teile her. Dann fangen wir auch langsam an, diese Sachen zu automatisieren. Jetzt haben wir sehr, sehr viel. Und hier, dieser Berg hier ist schon fast nicht mehr zu fassen. Das muss alles weggeräumt werden. Dafür bauen wir hier auch diese, äh, Logistik-Stationen. Na, und da oben habe ich sehr viel in Auftrag gegeben. Dann machen wir mal schneller. Ja, und ich hoffe, dass uns jetzt so schnell neue Missionen verfügbar. Auf Map Lost Haven. Das ist Map Lost Haven. Missionen. Eine Person gefangen nehmen. Eine Person gefangen nehmen. Haben wir 5 Stunden für. Achso, Zeit zum Annehmen 5 Stunden. Okay. Aber, ähm, ich denke, wir sind immer noch nicht gut genug bewaffnet, um uns direkt mit Sklavenhändlern und mit Piraten anzulegen. Also. Zeit mal weiterlaufen lassen. Das ist doof. Wir hätten diese eine Sache hier als Mission erledigen können. Und hätten ordentlich Credits bekommen dafür. Aber, so wie es aussieht, Handeln wird immer wichtiger. Äh, ist wichtiger geworden bei Space Haven. Wir sollten nicht Credits horten. Wenn wir Dinge brauchen, dann müssen wir uns die einfach mal erhandeln. Äh, und dann wird das besser alles. Oh, Androiden Kollektiv meldet sich. Hallo, bitte einmal ans Telefon gehen. Ähm, seid gegrüßt, Weltraum. Meinsam sind bei uns ein paar Ressourcen knapp geworden. Wärst du uns bereit zu helfen? Sie brauchen drei Hüllenschrott. Das ist überhaupt gar kein Problem. Hier, nimm unseren Hüllenschrott. Äh, kannst du haben. Mein Gott. Sehr gerne. Handel. Ähm. Oh, die haben, haben die auch Missionen? Die haben keine Missionen. Wir gucken nochmal bei, haben wir nochmal ein bisschen Biomasse? Ne, wir haben aber wieder Gewebe. Ah, da haben wir ihnen einiges verkauft. Äh, können wir ihnen noch mehr verkaufen? Nicht wirklich. Hüllenschrott hat sie jetzt eben gut gelohnt. Ja, ne. Nö. Brauchen wir nicht. Mehr Energium haben sie nicht. Jetzt müssen wir erstmal hier Kabinen bauen. Und all so eine Scherze. Drei Kabinen und dann ist unser Sechser-Schlafsaal endlich mal weg. Das ist ja auch. Und wir haben neue Technologien erforscht. Laserpistole und Lasergewehr ist erforscht. Ähm. Das ist mega. Das heißt, wir können hier herstellen. Lasergewehr. Dafür brauchen wir eine Energiezelle, einmal Kunststoff und einmal Stahlplatte. Ähm. Lasergewehr. Dafür brauchen wir Fertigkeit Waffen 5. Gucken wir mal. Waffen 3, Waffen 4, Waffen 4, Waffen 3. Noch niemand kann eine Laserwaffe tragen. Wir könnten aber Laserpistolen herstellen. Schon mal. Äh. Machen wir mal drei Laserpistolen. Aber die können wir dann als sekundäre Waffe den Leuten mitgeben, die in unserer, in unserem Away-Team sind. So. Das ist schön. Und wenn wir dann demnächst auch kugelsichere Westen erforscht haben, dann wird das ganz zauberhaft. Naja. Jetzt muss erstmal wieder einiges an Zeit vergehen. Wir müssen hier Sachen. Und das Androiden-Kollektiv ruft wieder an. Hoffentlich wollen sie mehr Hüllenschrott. Äh. Sie brauchen drei Hüllenschrott. Ja. Ist überhaupt gar kein Thema hier. Drei Hüllenschrott. Und mehr Verhältnis und, äh, relativ viel Kohle für den Hüllenschrott kriegen wir von denen. Das ist super. Ja. Die Logistik ist immer noch überfordert, weil wir hier unglaublich viel Zeug liegen haben. Ähm. Und irgendwer. Hier haben wir doch Verrichtung, zuweisen, bauen. Und wer kann das denn mal bauen? Äh. Max und Moritz. Nicht so sinnvoll. Äh. Äh. Edgar Samkata. Äh. 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 Edgar Samkata. Mach das mal. Bau mal diese Station und dann haben wir einen Logistikroboter, der uns dringend hilft, diese Logistikprobleme, die wir gerade haben, äh, zu lösen. So. Sehr schön. Und dann können wir hier. Äh. Ach, Baufortschritt. Okay. Da müssen jetzt noch ein bisschen Elektronikteile, Stahlplatten und Kunststoffe müssen da hingeliefert werden. Das wird dann ja auch hoffentlich demnächst passieren. Abgeworben. Hey. Und wir haben jemand Neues in unserer Gruppe, äh, Sailin. Ähm. Die wird auch im Stream einen neuen Namen bekommen. Genau. Die Geologin und Kontaktbedürftig. Und die kommt jetzt erstmal direkt, äh, in den Zeitplan. Nämlich in, äh, Sailin kommt in. Zeitplan 2. Genau wie Jasmin kommt in Zeitplan 2. Dann sind wir einigermaßen wieder gleichmäßig aufgeteilt, während hier hinten die Kabinen gebaut werden, wo die Leute dann, äh, hoffentlich ein schönes Erlebnis haben, wenn sie da ihre Pausen abhalten. Und, äh, ich sehe schon, hier schlafen Leute auf der Erde. Das ist nicht optimal. Heh. Äh. Oh, was ist hier passiert? Fockaffe? Fockaffe, was ist mit dir los? Oh, mächtig. Zustand. Verspürt leichten Hunger. Wach. Bewusstlos. Äh. Was passiert? Fockaffe bewusstlos. Okay. Einfach so. Muss schlafen. Okay. Na denn? Äh. Gefangene abgeworben. Sehr, sehr schön. So, und unsere Küche könnten wir auch langsam mal größer machen, habe ich das Gefühl. So. Oh, Androidenkollektiv ruft nochmal an. Dann gehen wir nochmal direkt ans Telefon. Es sind wieder Ressourcen. Wurzelgemüse. Drei Wurzelgemüse für 682 Credits. Wir haben im Moment genug Wurzelgemüse. Das heißt, wir können uns das leisten. Handeln wir mit ihnen, um mehr Credits zu bekommen. Das ist, äh, super. So, jetzt haben wir hier einen Logistikroboter. Der lädt gerade auf. Und, beziehungsweise, der braucht eine Energiezelle. Die wird doch hoffentlich bald hingeliefert. Wir haben keine Energiezelle. Äh. Okay. Ne, doch. Äh, jetzt der Logistikroller, äh, der Logistikroboter verfügbar. Und der fängt jetzt an, auch hier Sachen zu machen. Eine neue Mission verfügbar. Äh, Personengefangen nehmen. Personengefangen nehmen. Hier gibt's keine Missionen. Okay. So, das hier wird noch weiter auseinandergebaut. Und wir bauen unser Schiff weiter. Die Fenster sind installiert. Jetzt wird es hier gemütlich. Mit Türen und Deko und Kabinenzeug und so weiter und so fort. Und das Androiden-Kollektiv ruft schon wieder an. Was fehlt euch jetzt? Drei Hüllen-Schrott. Ja, super. Hier, drei Hüllen-Schrott für Geld. Äh, das ist gut. Gut gegen Geld zu tauschen. Wir sind jetzt bei fast 5000 Credits. Meine Fresse. Und unser Hochbeet ist fertig. Das ist mir fast entgangen. Ähm. Wir brauchen Fleisch. Künstliches Fleisch. Eher. Und wahrscheinlich... Ähm. Einmal Früchte. Wurzel-Gemüse haben wir gerade verkauft. Wurzel-Gemüse haben wir gerade verkauft. Einmal Fasern. Jawohl. So. Und das wird auch... Ich werde das irgendwann auch anfangen zu begrenzen, wie viel da drin wächst. Aber im Moment möchte ich mir hier einen Überschuss, äh, auch als potenzielle Handelsware, äh, aneignen. Jetzt nehmen wir das da unten noch weiter auseinander. Ich bin jetzt auch versucht, noch mehr Sachen zu bauen. Aber erstmal müssen die Kabinen da oben fertig gebaut werden. Und... Da das jetzt der Fall ist, können wir anfangen, hier noch mehr Sachen zu machen. Wir bewegen diese Heizung dahin. Ähm. Hier möchte ich auch eine Kabine hin machen. Das heißt, dieser Block, äh, wird hierhin bewegt. Jawohl. Dann nehmen wir eine Tür. Die setzen wir da rein. Dieser Block bleibt da. Ähm. Der Block muss bewegt werden. Eins, zwei, drei. Genau. Und dann kommt hier eine Wand hin. Das heißt, dieser Block hier, den bewegen wir nach da. Ja. Jawohl. Ähm. Ja, und dann machen wir hier zu. Das heißt, hier ändert sich auch was. Äh, wir haben nicht genug Plätze für sechs Kabinen. Wir brauchen allerdings... Eigentlich brauchen wir jetzt erstmal fünf... Nur fünf Kabinen. Nur. Äh, wir könnten die auch hier vorne hinsetzen noch. Oder hier einen Gang bauen mit noch einer Kabine, die nach draußen guckt. Ja. Das könnten wir mal machen. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Trennwand. Eins, zwei, drei. So. Ja, wohl. Und dann müssen wir uns überlegen, wo wir die Kryostase-Kammern hinsetzen. Äh, okay. So, wie sieht es hier unten aus? Das ist quasi auseinandergebaut. Das war ein sehr erfolgreiches System, in das wir hier reingewandert sind. Und die... Das Androiden-Kollektiv kann gerne auch nochmal anrufen. Und, äh, wir geben ihnen Zeug. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber unser Lager haben wir immer noch nicht ausgeräumt. Das ist auch abgefahren. Hätte gerne ein bisschen mehr Energium. Das wäre... Androiden-Kollektiv ruft an. Jawohl. Einmal rangehen bitte ans Telefon. Und sie brauchen wieder Ressourcen. Und zwar drei Hüllenschrott. Ja, immer raus damit. Drei Hüllenschrott könnt ihr jederzeit haben für die Credits, die ihr uns bezahlt. Abgefahren. Bitte gerne jederzeit wieder. Auf jeden Fall. Ja. Super Ebayer jederzeit wieder. Immer her damit. So. Dann können wir hier auch schon mal vorbereiten für, äh, noch zwei zusätzliche Kabinen. Und zwar so. 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 Dann kommen hier zwei Türen rein. Und so. Und das kann ein Höhlenfenster... Ach, das kann ich noch nicht reinbauen. Das könnte ein Höhlenfenster da und da haben. Oder hier außen. Wahrscheinlich eher so. Ja. Bei dem anderen weiß ich es noch nicht. Dann können wir bei diesem Bett hier sagen, bewegen. Bewegt das einmal dahin. Jawohl. Und ich hätte gern Einrichtungsgegenstand. Dahin. Und, äh... Ja. Deko können wir immer noch machen. Wir haben hier auf jeden Fall auch noch Platz für Bilderrahmen. Die kommen in diese Kabinen rein. Und dann haben wir es. Äh, über diesen Flur sollten wir noch ein bisschen Bodenlichter verstreuen. Und jetzt kann es weitergehen. Ja, also Kabinenausbau ist eine wichtige Sache. Und, ähm, wir haben uns in diesem System für diese Folge wahnsinnig lange aufgehalten, glaube ich. Ich habe irgendwie... Äh, ich weiß nicht. Wir... Oh Gott. Wir haben jetzt schon 40 Minuten aufgezeichnet. Ja, mein Gott. Dann machen wir die Kabinen nochmal gerade fertig. Und, äh... Hier... Ähm... Nee. Diese Wand bewegen wir nicht. Diese Wand hier bewegen wir nach da. Jawohl. Dann wird hier langsam abgebaut. Und dann haben wir hier noch eine Kabine. Und dann nehmen wir, äh, dieses Bett. Bewegen das. Äh... Können wir noch nicht bewegen. Dafür muss erst diese Wand da weg gebaut werden. Dann bauen wir da ein... Höhlenfenster ein. Dass die Leute nach draußen gucken können. Und dann wird hier oben was dazugegeben zu unserem... Ähm... Zu unserem Garten. Und dann kann ich hier wahrscheinlich noch ein Hochbeet hinbauen. Ähm... Ja, und dann haben wir hier noch einen seltsamen Raum mit Kürstase-Kammern. Weiß noch nicht, was ich damit mache. Ja. Ähm... Oh, und wir haben kugelsichere Westen erforscht. Großartig. Was ist das nächste? Äh... Stromgenerator wird als nächstes. Dann gepanzerte Weste. Dann Plasma-Waffen. Äh... Wir können mal ein Arcade-Automat nach oben. Und... Ich glaube, wir sollten den Arcade-Automat ganz nach oben. Und danach den Stromgenerator. Dann können wir auch mal hier unsere Krüche nochmal ein bisschen schöner ausbauen. Und... Und... Dann können wir jetzt mal hier herstellen. Kugelsichere Westen. Wir brauchen Plastik. Uh... Und wir brauchen Gewebe. Gib mir mal zehn kugelsichere Westen. Und... Und... Ich hätte gerne... Drei Plastik. Eine Mission verfügbar. Eine Person gefangen nehmen. Eine Person gefangen nehmen. Tja. Aber immerhin haben wir hier dieses verlassene Schiff schon auseinandergebaut. Jetzt fehlen nur noch die Kabinen. Wie gesagt, die will ich jetzt noch fertig kriegen. Hier ist noch einiges zu bauen. So. Hier hinten haben wir noch ein Bett. Das bewegen wir... Dahin. Jawohl. Und... Hier haben wir das letzte Bett. Das bewegen wir... Immer noch nicht dahin. Äh... Dann kommt da ein... Nachttisch hin. Da. Und... Auf jeden Fall hier hin. Äh... Nee. Bewegen. Dahin. Da brauchst du noch ein Höhlenfenster rein. Wände. Höhlenfenster. So. Und da haben wir das schon in Auftrag gegeben. Hier muss noch... Hier müssen noch Wände gebaut werden. Machen wir wieder etwas vorwärts. Dann kann da auch gleich noch ein Bäumchen hin. So. Und jetzt haben wir da endlich... Das... Letzte... Die letzte Stück Wand weg. Jetzt kann da eine neue Kabine hingebaut werden. Und dann kommt da auch... Ähm... Gleich noch... Kommen hier auch gleich noch Pflanzen rein. Und so weiter und so fort. Und... Äh... Ja. Dann wird das ganz zauberhaft. Aber im Moment haben wir eben noch nicht genug Plätze zum Schlafen für alle. Kabinen will ich weiter... Äh... Will ich zu Ende gebaut haben. Da ist einiges... Äh... Beauftragt. Und hier schlafen auch noch welche, die... Äh... Ähm... In Betten, die eigentlich gemoved werden sollen. Dann würde ich mal sagen... Äh... Hier können noch mal kurz die Bäume in Auftrag gegeben werden. Damit wir das alles fertig bauen. Und ich lasse das mal hier ein bisschen weiterlaufen im Hintergrund. Ähm... Das war es nämlich jetzt erstmal für diese Folge. Und äh... Heute ist der 12. Januar 2023. Da kommt diese Folge raus. Und am Abend, falls ihr das heute am selben Tag guckt, am Abend habt ihr dann die Gelegenheit auf twitch.tv Slash andere Lampe. Da streame ich Spacehaven Alpha 16. Da spielen wir hier weiter. Da kriegen die 11 Leute, die wir mittlerweile haben, auch Namen, die mit der... mit den Leuten aus der Community übereinstimmen. Das heißt, wenn ihr Bock habt und Zeit habt, heute Abend im Stream vorbeizugucken, einfach in den Chat Ausrufungszeichen Crew reinzugeben. Dann könnt... habt ihr die Chance, Teil der Crew zu werden. Genau. Die nächste Folge Spacehaven Alpha 16 hier auf YouTube wird dann eine Folge aus dem Stream sein. Ähm... Und wenn die... der Stream alle zu folgen verarbeitet ist, dann nehme ich wahrscheinlich auch wieder mal zwei, drei nur für YouTube auf. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Ähm... Wenn ihr mögt, dann lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar, wie euch das bisher gefällt. Ob ihr noch andere Tipps habt, was ich vielleicht besser anders machen könnte, würde ich mich sehr drüber freuen. Erweckt vielleicht auch den Kanal zu abonnieren. Ähm... Aber selbst wenn ihr das alles nicht tut, würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich wünsche euch allen einen ganz zauberhaften Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.